So Freaks, wir probieren heute mal was Neues aus, die komplette Verkabelung des Rasenfreaks. Ich werde jetzt heute mal mit meiner GoPro rumlaufen, das habe ich Ewigkeiten nicht mehr gemacht und einfach sämtliche Arbeiten des heutigen Tages, Montag, der 1. August. Diesen Tag werden wir komplett dokumentieren und es wird total langweilig, wir werden hier einmal das ganze Fairway ablüften, den ganzen Dreck, die ganzen Stöcker hier, damit gleich auch noch aufnehmen, wahrscheinlich wird euch allen schlecht werden durch die GoPro Aufnahmen machen und dann mähen. Es hat tatsächlich hier das erste Mal seit Wochen wirklich geregnet. Heute Nacht richtig schön geregnet, ich weiß noch nicht wie viel, weil ich meine Regenmesser noch nicht aufgestellt habe, die sind noch in der Garage. Wir sind gerade auf den Urlaub zurückgekommen und ihr seid heute eben live dabei, Igitt, meine Frau ist schon am Wasser sprengen, live dabei, wir stellen jetzt mal einfach hier die Kamera hin, für den Ton, Schuhe anziehen. So, ich meine, hier hat ja auch ein eingebautes Mikro. Jetzt noch ein bisschen Sound. Ah, die ganzen Beautys hier, die Beautys. So, hier sind die. Oh, der hat ein paar Eicheln. Oh, schön weich. So, komme ich jetzt hier raus. Sehr gut. Sehr gut. Ah, die Sonne lacht. Oh, gar nicht so viel. So. 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 Einmal noch ein bisschen hochlüften. Das versorgen wir gerade so richtig hin, der Gaser tropft. Scheiße, ey. Da. Ja. Okay. Gere? Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, tschüss. Ja, ist natürlich klar. Der Akku ist jetzt in der Schonung geblieben. Da bin ich ja mal gespannt, was hier jetzt runterkommt. 14 mm ist da noch eingestellt. 14 mm, oi 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 oi. Total die 1 1 Drittel Regel gebrochen. Ei 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 ei. Das ist heftig. Boa. Pff. Ha, ja jetzt sieht es nach Rasen aus. jetzt sieht es nach rasen aus was für ein unterschied was für ein brutaler unterschied das ist schon fast kurz 25 20 25 das geht noch und 15,14 ja perfekt 15 durch 2 sind siehmeinhalb ja gerade eben noch oh passt so sehr unglaublich hier nur zwei bahn oh zwei bahn nein heile witzger Schön die Poa-Köpfe wegnehmen. Ja, das ist rasend. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Was für ein Unterschied. Der erste Schnitt nach dem Urlaub. Das ist so ein Traum, wie dieser Meer schneidet. Krass, der ist fährt. Ja, da brauchst du jetzt gleich das Kälte schon fast. Besser. Oh. vom Acker zum drüben das ist egal wie er schneidet geht doch nix, nur Profigeräte Pilz haben wir ja 14 Millimeter und die ganzen Poa Blutenstände weg Ah, nicht der Rauer getroffen krass komm her komm her komm her jetzt komm her kau kann komm her komm her komm her komm her komm her ja komm her WDR mediagroup GmbH 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 Sollte voll ist voll jetzt werde ich noch einen Moment Ameisen auch Ameisen 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 So, ich glaub ich hab's geschafft Ach Freaks. So, das, das lieber Raumflügel, das erste Mäh nach dem Urlaub. Ihr habt euch mehr Mäh-Videos gewünscht. Ich hoffe, das hat jetzt euren Ansprüchen genügt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist mein neustes Video und das Video hat der Algorithmus für euch ausgesucht. Über einen Daumen freue ich mich natürlich sehr. Und abonniert mich gerne, wenn ihr mögt. Ist auch völlig kostenlos. Macht die Glocke an, dann habt ihr immer gleich meine aktuellen Videos. Und sonst, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank.